In der russischen Hauptstadt Moskau stehen zahlreiche Menschen Schlange, um Blumen für den verstorbenen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny niederzulegen. Die Polizei lässt die Menschen gewähren, warnt aber davor, stehen zu bleiben oder sich zu einer Demonstration zu versammeln. Bei ähnlichen spontanen Mahnwachen überall in Russland wurden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mehr als 100 Menschen festgenommen. Allein hier in St. Petersburg wurden demnach 64 Trauernde inhaftiert. Weitere Kundgebungen gab es demnach in Novgorod, Krasnodar und Rostov. Zuvor hatten die Behörden die Bürger ausdrücklich vor der Teilnahme an Mahnwachen gewarnt. Diese seien illegal, hieß es. Die Polizei war in der Vergangenheit immer wieder hart gegen Kundgebungen zur Unterstützung Nawalnys vorgegangen. Der prominente Kreml-Kritiker, der als wichtigster innenpolitischer Widersacher von Präsident Wladimir Putin galt, war am Freitag in einer Strafkolonie in der russischen Polarregion gestorben. Die Gründe für seinen Tod werden demnach noch untersucht.